so jungs guten tag mein name ist okan ich bin ein bisschen krank deswegen hört sich meine stimme ein bisschen anders an und mein mikro ist ein bisschen scheiße ich fange auf dem server an shigeru 2 ein mentalo krieger ich habe zehn leute gefragt was ich machen soll und die meinten ich soll einen mentalo krieger machen das habe ich auch schon gemacht habe schon ein bisschen gefahren wegen p ist sehr langweilig die scheiße mit euch könnte ich kurz 50 monis aufmachen ganz schnell ja es geht natürlich noch diese 17 muscheln ja sieht auch gut aus ne auf jeden fall mit dem leveln wir ich mache von jedem server den ihr wollt ein let's play part ihr müsst nur krasse sagen und welche skill reichen also ob ich körper oder mento machen soll drache oder heil so ein kram halt ich werde auf jeden server ein pvm und ein pvp video machen mindestens und ja ich versuche auch jede woche sage ich schon jeden tag ein neues video zu machen deshalb ist nicht ganz geil am anfang gibt es eine zusatzmission dann könnt ihr sowas kriegen oder ein der gibt 100 aw also angriffswert löwe gibt ein ktp und der wolf gibt 100 verteidigung ja das sind rangpunkte ja befreundlich die stars lange weile scheiße ich merke mich erst mal ab das war's für heute und ihr werdet morgen ein video sehen wo ich bisschen höher bin abonnieren kommentieren gefällt mir die stars ihr wisst bescheid jungs heidemann sieht sich